Moin moin und willkommen zu einem weiteren Video zu Super Mario Maker 2. Es geht gleich in die Super Mario World von Marble Run rein. Das Ganze stand von einem Livestream auf Twitch. Euch wünsche ich dabei ganz viel Spaß. Ja, da sind wir. Die Super Marble Run World. Welt 1. So, rein geht's ins erste Level. Mario's New Adventure Das klingt natürlich vielversprechend. Ob der Name auch hält, was er verspricht, das werden wir jetzt gleich herausfinden. Und nochmal für alle... Sehr gut. Ich rede ja immer von ganz klassischen Mario Leveln. Ja, es muss nicht immer das Krasseste, das Coolste, das Schwerste sein. Ja, es sind die einfachen Dinge häufig. Die ich dann abfeiere. Und solange wir das hier in diesem Fall geboten bekommen, das Ganze. Ja, Leute. Wie gesagt, dann bin ich zufrieden. Und ich hoffe, ihr natürlich auch. So. Erstmal mal kurz da oben die Lage abchecken. Ihr kennt das ja, ne? Ich muss das immer wieder gegenchecken, ob wir irgendwo versteckte Blöcke haben. Sonst kann ich dir danach nicht gut schlafen. Das ist schon mal klar. Ja, sehr gut. Das war aber echt, äh... Ganz knapp. So. Sind wir irgendwo hier rein? Nein. Nein. Ja, sehr gut. Sehr gut. Mit versteckten Blöcken, ne? Wenn man damit arbeitet, Leute, damit bekommst du mich innerhalb von Sekunden. Das kann ich sagen. Wow. Okay. Da sind wir am Ziel. Ja. Der Anfang war schon mal gar nicht so schlecht. Da lassen wir mal... Da lassen wir mal mein Herz für da. Wie schon gesagt, ne? Versteckte Blöcke und dergleichen. Bin mal gespannt, wie sich das in den nächsten Leveln... Ja. Ja, äh, 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 wie häufig wir noch auf sowas treffen und wie das Ganze benutzt wird. Wir werden's ja gleich sehen. Das war schon mal ein ganz angenehmer... Start. Hm? So. Wir machen weiter. Wir nehmen natürlich alles mit, ne? Auch wenn wir jetzt eigentlich an dem Level ja vorbeilaufen könnten. Ja? Wir wollen hier alles spielen. Äh, Piranha Cave? Noch eine Sekunde. Danke. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Na. Okay, wir gehen mal durch die Röhre. Mhm, mhm, mhm. 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 Äh, was? Ah, wir können hier noch laufen. Sehr gut. Extra leben. Ja, können wir nicht rein. Okay. Äh, achso. Jetzt bist du vielleicht nochmal da hoch, ne? Wollen wir mal schauen, ob wir vielleicht da rein können? Nein. Ja. Checkpoint. Sehr gut. Feuerblume. So, da oben haben wir noch eine Röhre. Mhm. Mal kurz checken. Ja. Machen wir nichts. Ist auch nichts. Gehen wir weiter. Ja. Ja. Der Pfeil ist auf jeden Fall nicht umsonst da. Ah, was mach ich denn? Wollen wir mal, können wir da hoch? Ah. Ah, das sind Münze. Sehr gut. Ah, was mach ich denn da? Wo mach ich denn? Ah, ist sehr gut. Nicht doch hier? Anlauf. Das sollte funktionieren, oder nicht? Ja. So, okay. Alles klar. So, schnell rein. Wo der Panzer zurückkommt. Jetzt bin ich aber mal... ...bisschen konfus. Sehr gut. Was ist denn mit der Röhre hier unten? Gibt es noch irgendeinen Geheimweg, den ich nicht gefunden habe? Gut, ich kann es jetzt eh vergessen, weil zurück komme ich nicht. Habe ich jetzt tatsächlich einen Geheimweg übersehen? Das macht so den Eindruck, ne? Aber gut. Ja, ich... Leute, ich ziehe die Nummer durch, ne? Ich ziehe die Nummer durch. Alter, ich konnte bei 22 Sekunden, ne? Nicht schlecht. Gehen wir ins nächste rein. Cooper Hills. Okay. Also Marble Run, ihr seht es ja, ne? Also habe ich jetzt wirklich... ...recht häufig mit versteckten Blöcken in Kombination mit Lianen. Sehr gut. Ich hätte ihn auch da hingesetzt, Leute. Lasst doch uns doch jetzt nicht lange um den heißen Brei hier reden. Sprechen die Sachen einfach so aus, wie sie sind. Und nennen das Kind beim Namen. Ja? Ja, so. Ja. Alles klar. Rein da. So, jetzt sind wir aber wieder ein Stückchen weiter hinten, ne? Genau. Hier waren wir eben. Alles klar. Checkpoint. Ach, komm. Das ist doch eine Frechheit. So, schnell rein da. Ja. Mhm. So, da unten ist nichts mehr. Da ist das Ziel. Ah, komm. Dann, wir enden wir das Ganze. Okay. Oberhills auch sehr angenehm. Das ist eigentlich immer die gleiche Person, die den Weltrekord da hat. Macht so den Eindruck, oder? So, das überspringen wir jetzt einfach mal. Dann gehen wir ins nächste Level rein. Mushroom Valley. Die Grafik sieht aber sehr pixelig aus. Ja, Sirius. Was soll ich dir sagen? Wir sind, wir sind ein, mal ausnahmsweise etwas Oldschooliger unterwegs. Ich grüße dich, Sirius. So, welche Röhre nehmen wir denn? Wir nehmen mal die linke, ne? Okay. Ah, Yoshi ist am Start. Sehr gut. So, kurz mal checken, was wir denn da oben haben. Wir gehen mal wieder durch die Röhre. Crazy Burn. Einen wunderschönen. Und vielen Dank. Für dein Follow. Ach, du Streams auch? Ja, das mache ich seit geraumer Zeit tatsächlich. Also. Ich weiß gar nicht. Zwei Monate oder sowas ungefähr. Ich habe es tatsächlich geschafft. Man mag es kaum glauben. Ich hoffe, dir geht es gut. So, will ich da jetzt runter, oder? Nee, ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Yoshi. Wir wissen, wir wissen beide, dass es jetzt zu einem Ende kommen wird. Es tut mir im Herzen weh, ne? Ich muss es ja sagen. Ich muss es ja sagen. Es tut mir im Herzen weh. Yoshi da so zu opfern. Marvran, Hallöchen! Mit 30 Minuten Yoshi aufhören. Geht ja gar nicht. Ja, ich weiß. War ganz schlecht. Serious. Das stimmt. Da gebe ich dir recht. War ein schlechter Deal. Aber so ist es halt. Ist ja super nett, dass du meine Super-Welt spielst. Ja, Marvran. Vielen Dank nochmal, ne? Also. Dass du zumindest dich ja mal gemeldet hast. Ich sag ja, ne? Ein bisschen Futter kann ich immer gerne gebrauchen. Die Super-Mario-Welt von Crazy Burn hatte ich ja auch schon, äh, hab ich ja auch schon gezockt. Aber da ist das Ganze nicht über Twitch gelaufen, sondern tatsächlich über YouTube. Bekomme ich den jetzt da hoch, oder was? Gleich hier drüber, ne? Gleich da drüber. So, ja. Sehr gut. Supportig ist die Follow. Ja, das wäre mehr als gerechtfertigt, Serious. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe nichts anderes verdient an dieser Stelle. Ah. So. Achso, der war ja noch. Ja, alles klar. Sehr gut. Habe ich wieder komplett umsonst einen Puls von 800 bekommen. Ja. Also Marvran, ne? Die ersten, die ersten Level. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Und ich wusste ja, ne? Es sind ja, es sind ja größtenteils, äh, ja, klassische Mario-Level. Machen bisher wirklich Laune, also. So, jetzt kommen wir gleich zum ersten Boss. Bin ich mal gespannt, was Marvran sich hat einfallen lassen. Lemmy's Switch Castle. So. So, erstmal in die Röhre rein. Münze packen wir mal mit ein. Sehr gut. So, natürlich auch die Münzen nehmen wir gerne mit. So, jetzt komme ich nicht an den Checkpoint ran. Ah. So, jetzt aber. Sehr gut. Äh, was haben wir jetzt da unten? Wahrscheinlich Feuer. Lass mich raten. Ich will es nicht herausfinden. Ja, alles klar. Mal kurz schauen, ob wir vielleicht dann noch irgendwo einen versteckten Block haben. Ja. Ich muss das machen, Leute. Es tut mir leid, ne? Es kostet Zeit, aber... Ich sag's mal wieder, sonst kann ich die Nacht nicht gut schlafen. So. Sehr gut. Äh, Moment. Wir müssen das mal oben stellen. Ja. Sehr gut. Durch die Röhre. Ich dachte, ich hätte da einen Block hingesetzt. Ich hätte's gemacht. Aber alles gut. Vielleicht, vielleicht war ja auch irgendwie ein, ein Spot daneben oder so. Kann ja auch sein. Ich kann ja auch sein. Ich kann ja auch ein bisschen... Ach komm. Oh. Zack. Weg mit dir. Yes. So. Auch hier, ich muss es machen, Leute. Es tut mir leid. Nein, komm, wir beenden das. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir sind mal gespannt, Marble Run, ob das Ganze von der, ja, Schwierigkeit, ob du noch ein bisschen was da anziehst. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt, ob da noch was kommt. Weil das letzte Level, was ich ja gespielt habe, ich weiß gar nicht, ist das auch in der, in der Super Mario World? Das war ja dieses Platforming Level, ne? Das hat ja auch schon übelst Bock gemacht. Das ist ja auch nicht so ganz ohne erstmal, sag ich, ne? Aber es wird schwerer, okay, alles klar. Da bin ich mal gespannt. Pokey Desert. So. Sehr gut. Na. Na. Was sieht denn, ne? Wenn der, wenn der ungeduldige Brian mal wieder da am Controller sitzt, ne? Dann hast du immer sowas. Ist ja auch selber schuld. Ne, das Platforming Level ist nicht in der Superwelt. Ach, schade. Äh, Welt 2 ist noch ziemlich easy. Ab W3 wird's schwerer. Ja, da. Sehr gut. Da bin ich mal gespannt. So, Checkpoint. Also, ich hab's bisher ja auch nachvollziehen können, ne? Falls ich irgendjemand die Frage stellen sollte. Das ist ja bisher ausschließlich die gelben Röhren sind, in die wir rein konnten, ne? Also, ich hab das gemerkt. So ist halt nicht, ne? Aber ich muss auch mal das bei den Grünen probieren. Hm. Alles klar? Zack. Dreck rein da. Sehr gut. 20 Sekunden wieder, ne? Sportlich. Sportlich, sportlich. So, Leute. Haben wir das erste Wasser-Level? Swimming Trip. Und für Leute, die mich kennen, ne? Ich muss das immer zwischendurch mal erwähnen und betonen. Aber wenn ihr wollt, dass ich meinen Controller irgendwann mal vor lauter Frust in die Ecke schmeiße. Und ich weiß ja, normalerweise will das keiner von euch, ne? Hm. Aber sollte es irgendwelche, solche diabolischen Persönlichkeiten geben, ja? Dann baut ganz viele Wasser-Level, die extrem schwer sind. Damit, damit habt ihr mich auf jeden Fall. Okay. Ja. Die packen wir noch ein. Sehr gut. Wobei das ja noch schönes, entspanntes Wasser-Level, das muss man ja dazu sagen. da macht's ja richtig Bock, die ein oder andere Runde hinzulegen. So, schneller rein. Alle Wasser-Level sind nur drei, haben eine Clear-Rate von 20 plus Prozent. Ja, okay. Also dann, dann werde ich das auch hoffentlich hinbekommen, oder? Also, festlegen würde ich mich da jetzt noch nicht, aber, aber ich sag ja, ich, ich, genau bei sowas halt, ne? Bei sowas stelle ich, ich stelle mich halt immer recht, äh, dusselig an. Ich muss mal sich, muss mal sich die Frage stellen, wo stelle ich mich nicht dusselig an, unter Umständen, aber, ja. Ich wollte die auch platt machen, ne? Klar. Aber jetzt habe ich gerade eben schon Yoshi so, so komisch geopfert, ne? Ich möchte nicht weiterhin negativ auffallen. so. Ja, ist das Ende. Sehr schön. Ja. Auch hier wieder, ne? Recht entspannt. Schönes, klassisches Mario-Level. Für eine 30er-Mütze wollte ich doch mal erwähnen. Ja, Entschuldigung. Das tut mir leid. Das tut mir leid. So, wir gehen ins nächste Level rein. Der Windy Mountain. Ich hätte auch die Shell runterkicken können, das ist vollkommen richtig, ja. Ich wusste mir gar nicht besser zu helfen. Hahaha. Oh, da ist es passiert. Da ist es passiert. Ich hätte die Hoffnung gehabt, dass ich die Welt noch, äh, ohne einmal draufzugehen, beenden kann, aber... der Wind, ne? Der Wind, ne? der Wind. Der verzweifelte Brian. Wer kennt's nicht? Ach so, Moment mal, das war seine goldene Röhre. Da bin ich rein. Ach, schade. Aber um das nur noch mal abzuschließen, das Thema, äh, Yoshi Opfern ist bei mir auch so ein kleiner, äh, Running Gag inzwischen geworden, also daher. Ich bin da nicht, ich bin da nicht froh oder stolz drüber, das kann ich euch versprechen. Ja, aber... Traditionen muss man auch irgendwie pflegen. Mir leid für Yoshi. Copy. Sekunde mal eben. Haha. Wobei, ich muss noch mal gerade... Ja, alles gut. So, jetzt, jetzt hab ich's. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ich werf die Shell rüber und mach die in einem Zug mit meinem eigenen Feuerball mach ich den wieder kaputt. Sehr gut. Verarschungspflanze. So, The Windy Mountain. Also der Name ist auf jeden Fall Programm. Das, äh, das können wir, das können wir sagen, aber auch sehr, sehr, sehr schön. So. Achso, wir müssen noch einleveln, ne? Bevor wir zum nächsten Boss kommen. Visiten die Spikes. Haha. Ist da noch irgendwas Interessantes da oben? Haha, mein Lieber. So. Wir machen weiter. Komm, wir nehmen den mal mit. Schlechte Zeiten. Hahaha, was mach ich denn? Dussel. Aber Checkman hab ich mitgenommen. Immerhin. So, sehr gut. Alles klar. Jetzt, nehm ich mal an, kommen wir oben wieder raus. Ja, so sieht's aus. Aaaaaah! Jo. Ah, ganz entspannt, ganz entspannt. Als wenn ich den ganzen Tag nichts anderes machen würde, ne? Komm, schnell beenden. Sehr gut. Hätten wir das? Ja, wie vorhin schon gesagt, die Nummer ziehen wir jetzt durch. Die Nummer ziehen wir durch. So, auf zum nächsten Boss. Wendy's Flamecastle. So, da haben wir nichts mehr. Mal in die Röhre rein. Ich frage mich jetzt gerade. Das ist ja jetzt New Super Mario Brothers, ne? Ist das jetzt das Erste oder hat man vorhin schon mal eins gehabt? Wir hatten jetzt ganz viele Super Mario World Level gehabt, richtig? Ist eigentlich der Ausgang vergessen, dass es Rollchamps gibt. Ach so. Okay, alles klar. Dann gehe ich wieder zurück. Ich wüsste auch jetzt nicht, wie ich in die eine Röhre hätte da kommen sollen. Hier, ne? Hier ist dann wahrscheinlich der Eingang dazu, ne? Okay, alle Castles sind New Super Mario World und der Rest ist Super Mario World. Alles klar. Sehr gut. So, nächste Röhre. Ich habe mal hofft, dass ich jetzt den richtigen Eingang gewählt habe. Aber das sieht gut aus. Moment mal eben. Ja, den habe ich gerochen. Und Yoshi auch. Und Yoshi ebenso. So. Alles klar. Nein, warte, warte. Ah, komm. Oh nein, oh nein, oh nein. Geh rein. Uh. So. Das ist doch die gute Wendy. Komm, einfach rein da. Was soll da passieren? Komm. Oh, ich weckse das jedes Mal, dass sie wieder einen Satz nach hinten machen, ne? Komm, spring zurück. Alles klar. Alles klar. Und dann beenden das Ganze. Sehr schön. Wollte eigentlich alles SMW machen, aber ich finde die New Super Mario Bros. Kessel viel schöner. Ja, da gebe ich dir allerdings recht. Also ich mag den Style auch sehr gerne. Auf jeden Fall. Auch sehr schön gemacht. So. Ich sagte oder schrieb Marble Run, dass die dritte Welt etwas knackiger wird. Habe ich ja mal gespannt jetzt. Bis dahin. Das war's. 말씀드�iert із Bis zum nächsten Mal.